So, ich befinde mich jetzt hier im Wegenkampf. Ich gehe mal ganz kurz hier rüber. Das ist ein Neubau für Senioren. Ich gehe jetzt mal wieder weiter. Meine GPS-Ortung ist an und gehe jetzt einfach mal. Jetzt kommen wir auf den nächsten Bauabschnitt. Meine Handyleistung, hoffe ich, reicht noch aus, um euch das zu zeigen. Einen Moment. Gehen wir weiter. Ach so, es soll ja regnen heute noch. Gewitter, glaube ich, etwas. Ja, auch nichts Neues. Typisches Hamburger Kieselwetter. Zegt man so. Schauen wir mal. Verdüstert sich ein bisschen. Das kommt dazu. So, jetzt kommt der nächste Bauabschnitt. Das ist hier die Autobahndeckelung. Das soll dann ja noch ein bisschen grüner werden. Für den ökologischen Erhalt. So, und so sieht das Ganze gerade aus. So, ich gehe jetzt aus. Ich weiß nicht, ob ich noch filmen kann, weil das halt so ist. Da sind die Schutzwellen. Ich schalte mal kurz aus, weil ich muss jetzt mal eine andere Route laufen.